Freunde, was geht ab? Heute Morgen ist ein neues GTA Online Update erschienen. Ja, ein richtiges Update, was man sich runterladen muss, also kein klassisches Background-Update, was wir ja sonst auch regelmäßig in GTA Online bekommen. Aber warte mal, am 25. Juni erschien doch erst das neue Bottom-Dollar-Bounties DLC voller neuem Content. Wieso gibt's denn jetzt schon wieder eins? Wurde heute Morgen vielleicht der W124 released oder etwa ein zweiter Teil des Updates? Diese Fragen möchte ich in diesem Video klären und auch, was das Update in GTA Online verändert hat. Viel Spaß dabei! Also, um der ganzen Sache mal direkt den Wind aus den Segeln zu nehmen. Es ist natürlich kein zweiter Teil des Sommer-Updates gekommen, da Rockstar Games das ja auch nie angekündigt hat. Aber hier ist mal der Beweis, dass es ein neues Update gibt, denn seit heute Vormittag um 11 Uhr kann man sich das neue 582 MB große Update für GTA Online herunterladen, um weiterspielen zu können. Das Update erschien auch auf allen Plattformen, also PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One und natürlich auch dem PC. Die Dateigröße kann sich da aber unterscheiden. Ich selber hab zum Beispiel jetzt nur die PS5 zu Hause. Ich weiß nicht, wie groß es bei der Xbox oder auch dem PC ist. Der Leaker und Insider TessFan hat das ganze Update aber auch schon etwas früher auf Twitter angekündigt, denn um circa Viertel vor 11 postete er, neuer GTA 5-Patch wird gleich online gehen. Das ist insoweit besonders, als dass TessFan von normalen Background-Updates das ganze nicht ankündigt. Ich hab mir also schon gedacht, okay, strange, dass er das jetzt schon vorher gesagt hat. Mal sehen, was es gleich geben wird. Tja, und dann war 11 Uhr, man konnte das Update runterladen und man hat gesehen, hm, es kam nichts Spannendes dazu, sondern nur Bugfixes, also Fehlerbehebungen. Um das Ganze jetzt also klarzustellen, mit dem Update erschien kein neuer Content und auch kein neues Event oder neues Fahrzeug oder sowas, sondern es wurden wirklich nur Spielfehler behoben. Der Unterschied ist, dass nun Fehler behoben worden sind, die nicht mit einem einfachen Hintergrund-Update behoben werden konnten. Denn die allermeisten Glitches kann Rockstar Games einfach so mit diesen bekannten Background-Updates beheben, ohne dass wir selber etwas Neues herunterladen müssen. Aber was wurde denn jetzt verrücktes behoben, dass wir einen halben Gigabyte auf der PlayStation 5 herunterladen mussten? Das müssen dann ja safe hunderte Veränderungen sein. Ja, dazu komm ich auch mal jetzt, denn Tessvan hat schon die Patch Notes von dem Update gepostet, also eine Übersicht der neuen Änderungen im Spiel. Und da schreibt Rockstar Games erstmal nach klassischer Rockstar Games-Manier, es gab generelle Verbesserungen für die Stabilität und die Sicherheit. Cool, dass ihr was verändert habt, aber erklärt doch bitte genau, was ihr gemacht habt. Was bringt einem denn diese Info, wenn man nicht ins Detail geht, denn mehr als es gab generelle Verbesserungen für die Stabilität und die Sicherheit, haben sie nicht geschrieben. Dafür ist dann aber die nächste Änderung sehr gut, da hier ein Fehler behoben wurde, der wirklich sehr häufig aufgetreten ist, denn es wurde ein Netzwerkproblem behoben, das dazu führte, dass Fahrzeuge unbetretbar und auch unsichtbar wurden. Vielleicht habt ihr davon schon Videos auf YouTube, TikTok oder Instagram gesehen, wo es unsichtbare Fahrzeuge gab, die verhindert haben, dass man irgendwo herfahren konnte, oder auch die verhindert haben, dass man einsteigen konnte. Vielleicht ist das Ganze euch auch selber passiert, dass ihr zum Beispiel nicht in euer persönliches Fahrzeug einsteigen konntet, obwohl ihr es gesehen habt. Dieser Fehler wurde nun endlich behoben und scheint auch der Hauptgrund dieses eigenständigen Updates zu sein. Des Weiteren wurde dann noch ein Problem behoben, bei dem das Anklicken des Textes Ich habe gelesen und akzeptiere dazu führte, dass das Feld Ich akzeptiere automatisch ausgewählt und das Formular abgeschickt wurde. Dabei geht es entweder um die Regeln für GTA Online, dass man zum Beispiel nicht cheaten soll, oder um die allgemeinen AGBs. Also eine wirklich sehr kleine Änderung, die keinen wirklichen großen Vorteil für uns bietet. Ja und dann wurde noch ein Problem behoben, das dazu führte, dass die Spieler die Datenschutzrichtlinien nicht öffnen konnten, wenn sie eine Maus verwendet haben. Ja mein Gott, was ein spielzerstörender Fehler. Gut, dass der jetzt verbessert wurde. Ja Leute, und das war's. Dafür müsst ihr euch zumindest auf der PS5 einen halben Gigabyte runterladen. Jemand sagte sogar auf Twitter, dass er zwei Gigabyte runterladen musste. Und das wird natürlich alles an Richtigkeit haben. Und ich bin auch selber kein Programmierer, also habe ich nicht viel Ahnung davon. Aber ich wundere mich dann schon, wie diese kleinen drei Fehlerbehebungen über 500 Megabyte groß sind. Aber wie gesagt, es wurden halt wirklich nur Fehler behoben. Neuer Content ist nicht erschienen, da der gesamte Dripfeed-Content schon mit dem eigentlichen Bottom-Dollar-Bounties-Update heruntergeladen wurde. Auch ist das keine Vorbereitung auf die morgige Eventwoche oder sowas, sondern wirklich nur Fehlerbehebungen. Nun gut, mehr gibt es jetzt zu diesem Update auch nicht zu berichten. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen und Licht ins Dunkeln bringen. Deswegen würde es mich jetzt echt freuen, wenn du das Video mit deinen Freunden und Kollegen teilst. Und bis dahin würde ich sagen, wünsche ich dann noch eine wunderschöne Woche. Und ciao!